Horoskop für heute, wieder, 21. November 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Das heutige Traigen Mercur Chiron fordert Sie auf, sich selbst treu zu bleiben, insbesondere in Ihrer Kommunikation. Es kann eine ausgezeichnete Gelegenheit sein, sich authentisch auszudrücken oder durch Verhandlungen oder den Austausch inspirierter Ideen Kontakte zu knüpfen. Freundschaften und Liebesbeziehungen sind spielerischer und Interaktionen kreativer. Es ist eine kraftvolle Zeit, um über Möglichkeiten nachzudenken, Ihr Leben in Bereichen zu verbessern, in denen Sie sich unsicher oder verletzlich fühlen, da Sie diese Dinge jetzt klarer sehen. Sie fühlen sich enthusiastischer und treuer. Andere fühlen sich von Ihrem Standpunkt oder Ihrer Perspektive angezogen. Außerdem zieht heute Pluto für lange Zeit in Ihr Solarhaus. Sie haben eine Vorschau auf diesen Transit erhalten, aber jetzt wird er Sie für die kommenden Jahre begleiten. Während dieses Zyklus wird sich Ihre Einstellung gegenüber Freunden und Gruppenaktivitäten verändern. Es ist eine kraftvolle Zeit für Networking und Verbindungen. Ihre Erfahrungen können lohnend, lehrreich und stärkend sein. Trotzdem kann es starke Bindungen geben, die nicht immer angenehm sind und möglicherweise komplexe Gefühle mit sich bringen. Freundschaften oder Gruppenverbindungen, die Sie nicht gestärkt haben, können zurückgelassen werden, aber dies macht Platz für authentischere, gesündere Verbindungen. Während dieser Zeit ist es eine gute Idee, sich vor übermäßiger Anhänglichkeit und Mikromanagement Ihres Soziallebens zu hüten oder zu sehr an Zielen und Träumen festzuhalten, bis Sie keinen Spaß mehr daran haben. Es könnte sogar zu Verrat kommen, der Ihnen letztendlich zeigt, wer Ihre wahren Freunde sind und wer nicht. Dies ist auch eine Zeit, in der sich Ihre langfristigen Träume und Hoffnungen dramatisch verändern. Sie könnten nach einem tiefern Sinn und Zweck suchen und etwas tun wollen, das wirklich etwas bewirkt oder einen Unterschied macht. Bereiten Sie sich auf einen wichtigen neuen Lebenszyklus vor. Das Kraftpaket Pluto betritt erneut Ihr Solarhaus der Freundschaften, Gemeinschaften und Online-Dating und wird hier offiziell für die nächsten zwei Jahrzehnte residieren. In den kommenden Jahren werden Sie feststellen, dass Sie von einzigartigen und mächtigen Menschen umgeben sind, die jedoch oft in Ihr Leben kommen und es wieder verlassen. Viele Ihrer Freunde werden Ihnen als Orientierung dienen und Ihnen die Türen zu einigen Ihrer aufregendsten Unternehmungen, Bestrebungen und Ziele öffnen können. Denken Sie heute an all die Menschen, die den größten Einfluss auf Sie hatten und überlegen Sie, ob Sie sich bei Ihnen melden möchten, auch wenn schon Zeit vergangen ist. Sie könnten die Verbindung erneuern und sich gegenseitig wieder helfen oder sogar erkennen, dass Sie beide gewachsen sind und eine romantische Verbindung eingehen könnten. In Ihrer größeren beruflichen Gemeinschaft und im technischen Fortschritt werden sich große Veränderungen vollziehen. Sobald Pluto in den Wassermann eintritt, wird das Networking nie mehr dasselbe sein. In den nächsten zwei Jahrzehnten werden Sie möglicherweise eine massive Umstrukturierung Ihrer beruflichen Gemeinschaft erleben. Es könnte einige unmittelbare Veränderungen geben, wie zum Beispiel, dass prominente Persönlichkeiten ihren Karriereweg verlassen oder sich von Ihrer Gemeinschaft abwenden. Sie könnten auch einige Arbeitsfreunde und Kollegen abschneiden, wenn Sie sich auf andere konzentrieren möchten. Auch im Metaversum wird es Veränderungen geben, vor allem, wenn Ihr Karriereweg stark auf Technologie und soziale Medien angewiesen ist. Es gibt ein Heilmittel gegen schlechte Laune und die Nase voll von anderen Menschen, aber das ist wahrscheinlich nichts, was Sie hören möchten, wenn Sie sich so fühlen. Nehmen Sie sich eine Auszeit und konzentrieren Sie sich wieder auf sich selbst, hören Sie Ihre Lieblingsmusik, schneiden Sie frische Blumen und stellen Sie sie in jedes Zimmer des Hauses. Bringen Sie frischen Wind in Ihr Umfeld und fragen Sie sich dann, was von dem, was Sie tun, funktioniert nicht. Jeder verliert sich hin und wieder. Atmen Sie tief durch und denken Sie daran, dass jeder Tag eine Chance ist, neu anzufangen. Es ist Ihr Tag und er ist voll von Ihrer eigenen natürlichen Essenz. Sie sollten sich voller Energie fühlen und bereit, so ziemlich alles in Angriff zu nehmen. Lassen Sie Ihrer Kreativität und Ihrem Ehrgeiz freien Lauf und sehen Sie, was passiert. Gehen Sie jedoch vorsichtig mit den Menschen um Sie herum um. Geduld ist heute wahrscheinlich nicht Ihre Stärke. Wenn möglich, verbringen Sie Zeit allein in Ihrem persönlichen Bereich und arbeiten Sie an etwas, das Sie wirklich beschäftigt. Vergessen Sie nicht, dabei auch etwas Spaß zu haben. Morgen wird noch genug Zeit für ernsthafte Arbeit sein. Obwohl es am Himmel noch immer Spannungen gibt, hat sich der emotionale Nebel des Vollmonds nicht nur gelichtet, sondern wo Spannungen vorhanden sind, werden Sie durch Unterstützung ausgeglichen, die diese in Motivation verwandeln oder eine Herausforderung in einen Vorteil verwandeln kann. Ein Spannungsbereich könnte Ihre Walk-Life-Balance sein, etwas, das der Mond heute betont. Mit der Art der verfügbaren Unterstützung ist dies jedoch nicht nur beherrschbar, sondern kann Ihnen auch helfen, das Beste aus Plutos letztem vollen Tag in Ihrem Karriere-Sektor herauszuholen. Dies wird Ihnen auch helfen, dies auszugleichen, indem Sie die spielerische, kreative und abenteuerliche Seite des Lebens beleben. Je näher der Mond seinem ersten Besuch in ihrem romantischen Sektor seit der Rückkehr des Mars kommt und je mehr Aufmerksamkeit die geschäftige oder berufliche Seite des Lebens fordert, desto wichtiger wird die richtige Balance zwischen Arbeit und Privatleben. Da Mond und Mars während der Arbeitswoche zusammenkommen, ist dies etwas, wofür der Kriegerplanet des Kosmos zu kämpfen bereit ist. Täglicher Planetenüberblick Die Zukunft klopft an Ihre Tür, denn Pluto kehrt in den Wassermann zurück und bereitet sich darauf vor, die nächsten zwei Jahrzehnte in diesem transformativen Zeichen zu bleiben. Diese himmlische Verschiebung markiert den Beginn tiefgreifender Veränderungen, nicht nur im Kollektiven, sondern auch in Ihrem Privatleben. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, was Anfang des Jahres passiert ist, insbesondere in Bezug auf Themen wie Individualität, Menschlichkeit und Freundschaften. Spüren Sie jetzt eine ähnliche Energie? Während Pluto seine lange Reise durch den Wassermann beginnt, lädt er Sie ein, Ihre Verbindungen sowohl zu sich selbst als auch zur Welt um Sie herum neu zu definieren. Dies ist eine Zeit, in der Sie Ihre Einzigartigkeit annehmen und gleichzeitig ein tieferes Verständnis für die gemeinsame menschliche Erfahrung entwickeln können. Denken Sie darüber nach, was Sie zudem macht, was Sie sind. Lieben Sie im Einklang damit? Die Energie des Wassermanns fördert Innovation, Authentizität und Zusammenarbeit, was dies zum perfekten Zeitpunkt macht, um Ihre persönlichen Beziehungen, Ihre Gemeinschaft und sogar Ihre größere Rolle in der Gesellschaft zu untersuchen. Freundschaften können, wie alle Beziehungen, ihre Spannungsmomente haben. Wenn Sie während dieser transformativen Phase mit einem engen Freund im Streit liegen, machen Sie sich keine Sorgen, es handelt sich wahrscheinlich nur um einen kleinen Streit, der nicht die Grundlage Ihrer Bindung bedroht. Manchmal dienen diese kleinen Meinungsverschiedenheiten als Gelegenheit, das gegenseitige Verständnis zu vertiefen. Hatten Sie schon einmal eine Meinungsverschiedenheit mit einem Freund, die Sie letztendlich näher zusammengebracht hat, nachdem sie gelöst wurde? Wenn Sie etwas gesagt haben, was Sie bereuen, zögern Sie nicht, sich zu entschuldigen. Verletzlichkeit stärkt Beziehungen und zu zeigen, dass Ihnen die Freundschaft so wichtig ist, dass Sie Ihre Fehler eingestehen, kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Am wichtigsten ist, dass Sie die Situation nicht übertreiben. Eine aufrichtige Entschuldigung reicht oft aus, um die Luft zu reinigen und den Weg für eine stärkere Verbindung zu ebnen. Im Moment strahlen Sie eine ruhige, gelassene Energie aus, die andere bewundern müssen. Diese emotionale Stabilität hilft Ihnen nicht nur, persönliche Herausforderungen offen anzugehen, sondern bringt Ihnen auch Menschen näher. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, anhaltende Probleme zu lösen, werden Sie feststellen, dass Ihre Beziehungen ob zu alten Freunden, neuen Bekannten oder romantischen Partnern bedeutungsvoller und erfüllender werden. Wenn Sie in einer Beziehung sind, wundern Sie sich nicht, wenn Ihr Partner Sie aus heiterem Himmel mit Komplimenten überschüttet oder Ihnen besondere Aufmerksamkeit schenkt. Sie sind Single? Dann machen Sie sich auf ein paar Funken gefasst. Die Leute finden Sie in dieser Zeit besonders fesselnd und verführerisch und Ihre natürliche Anziehungskraft macht verspieltes, unbeschwertes Flirten fast unwiderstehlich. Genießen Sie die Aufmerksamkeit, sie ist ein Beweis für die positive Energie, die Sie in die Welt ausstrahlen. Wenn es um Finanzen geht, ist heute ein guter Tag, um auf Ihre Instinkte zu vertrauen. Egal, ob Sie Investitionsmöglichkeiten erkunden oder einfach nur nach einem Schnäppchen suchen, Ihre scharfe Intuition kann Sie zu Entscheidungen führen, die Ihnen zum Erfolg verhelfen. Haben Sie über ein neues Finanzvorhaben nachgedacht oder potenzielle Investitionen recherchiert? Das Universum gibt Ihnen den Anstoß, diese Optionen sorgfältig zu prüfen. Selbst kleine Schritte, wie das Entdecken eines guten Angebots oder das Zeitnehmen, um Optionen zu vergleichen, können sich auszahlen. Betrachten Sie es als das Säen von Samen für eine zukünftige Ernte. Jede wohlüberlegte Entscheidung, die Sie heute treffen, kann Ihnen später erhebliche Vorteile bringen. Wenn Sie eine Gelegenheit entdecken, die sich richtig anfühlt, handeln Sie schnell, bevor jemand anderes Sie für sich beansprucht. Plutos Rückkehr in den Wassermann signaliert den Beginn einer transformativen Ära, in der Sie aufgefordert werden, Ihre Individualität anzunehmen und Ihre Beziehungen zu stärken. Diese Energie befähigt Sie, Herausforderungen mit Anmut zu meistern, Missverständnisse mit Einfühlungsvermögen zu bewältigen und Chancen mit Zuversicht zu verfolgen.